Die ganze Zeit waren wir jetzt bei kurz gebratenem, jetzt kommen wir zu lang gebratenem. Bei lang gebratenem empfiehlt sich es, Pfohre einzulegen. Zum Beispiel haben wir hier schöne Rinderrippen, die schon drei Tage in einer wunderschönen Marinade liegen. Vorteil beim Maronieren, das Fleisch ist luftdicht abgeschlossen. Es heißt, es kann nicht oxidieren. Merkt euch, Luft ist Rost. Auch Fleisch kann rosten und oxidieren und wird schlecht. Liegt es versteckt in einer Marinade, kann es nicht altern, nur reifen. Es wird geschmacklich besser. Bei Marinaden gilt, Alkohol ist immer das Beste. Also ein guter Whisky, ein guter Rum, ein guter Cognac könnt ihr immer für eine gute Marinade verwenden. Genauso gehört zur Marinade ein gutes Olivenöl, das alles noch luftdicht abschließt. Ihr könnt dann Rosmarinzweige, Knoblauch verwenden. Zwiebel ist sehr wichtig. Zwiebel ist ein Weichmacher. Könnt ihr immer beim Grillen verwenden. Wichtig ist nur, ihr müsst schauen, dass euer Fleisch immer zugedeckt ist von der Marinade. Es darf nicht oben rausschauen. Also es muss immer bedeckt sein. Dann könnt ihr das auch locker eine Woche in der Marinade liegen lassen. Das war mein Tipp zu marinieren. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de Die Untertitelung des ZDF, 2020